Da sind wir zurück, liebe Freunde, bei Destiny im Auswahlbildschirm, im Sperrgebiet, mehr oder minder. Und ich habe gerade schon im Stream oder im Chat quasi angesprochen, mir ist tatsächlich gerade... Oh, der gute Herr ist weg. Der Honeyball, was? Wer? Nee, Honeyball ist nur noch da. Wer ist denn gerade gejoint? Ich weiß es nicht. Der... Ja, ich habe gerade eine Mail bekommen von Xbox, beziehungsweise von Microsoft. Die haben mir tatsächlich gerade schon die Halo... Nee, Halo The Master Chief Collection geschickt als Code. Und das kommt ja, glaube ich, erst am 12. oder am 14. raus oder so. Und da kann ich jetzt theoretisch sogar schon Livestream. Also, ausgewählte Missionen. Ich darf theoretisch vier Missionen spielen. Von Halo 1, glaube ich, eine. Heißt The Silent Cartographer. Ich habe gerade die NDA da offen. Halo 2 Green Wind. Halo 3 Sierra 117, wenn ich das richtig sehe. Und von Halo 4 Infinity darf ich streamen. Die komplette Mission darf ich streamen. Aktuell schon. Ansonsten gilt, glaube ich, das Review-Embargo bis morgen früh um 9 Uhr. Und dann darf ich komplett Livestream, glaube ich. Wenn ich mich nicht täusche. Muss ich mal noch nachfragen. Ich weiß es gar nicht. Wann direkt dann alles offen ist. Ja, mach dann das Ding. Ja, mach dann das Ding. Ja, mach das Ding an. Achso. Machen wir gleich. Ich muss es ja runterladen. Das ist das Problem. Ich muss das Ding erstmal runterladen. Ich glaube, das wird heute nichts mehr. Wir müssen mal gucken, ob wir das eventuell morgen hinkriegen. Wenn ich jetzt nämlich runterlade, ist der Stream im Arsch. Das ist das Problem. Wir machen erstmal das Sperrgebiet. Aber sehr cool auf jeden Fall, dass wir das Ding jetzt haben. Für die Xbox One ist das. Endlich mal Halo 1 bis 4 auf einer CD quasi. Beziehungsweise nicht CD. Habe ich ja nicht. Sondern in einer Collection. Ist ganz cool. Ich habe schon auf der Gamescom spielen dürfen. Macht Spaß. Und sieht auch gar nicht so schlecht aus. Gar keine Ansprache hier des Geistes. Oder wie? Oder was? Tja. Ne, das sieht sehr cool aus. Und HD-Grafik. Grafik. Grafik. Ja, HD-Grafik. Ist schon ganz cool. Halo 1 sieht ja doch schon sehr krass gealtert aus. Oder sehr krass alt aus. Und ja. Das kann man sich dann quasi jetzt schon mal nochmal schön anschauen. Falls man die Teile nicht gespielt hat. Was man eigentlich tun sollte, wenn man zumindest einen Xbox hat. Also, laut dieser Koordinaten ist das Tor zum Schwarzen Garten bei der verlorenen Stadt Freistadt. Sie ist seit dem Untergang im Sand begraben. Jetzt besetzen die Kabale den Mars. Niemand kommt durch ihr Sperrgebiet. Dum dum. Okay. Ja, Dragonblood sagt, viel Spaß bei dem Planet Kalix. Ja, das hast du ja beim Witz mal schon gesagt. Mal gucken. Toll. Das Tor zum Schwarzen Garten ist meilenweit weg. Und die Kabale stören die Orbitalkommunikation. Wenn du deinen Sparrow haben willst, müssen wir in einen der Bunker rein und das System abschalten. Okay. Okay. Jetzt schon ein Sperrgebiet quasi und ich kann meinen Sparrow nicht nutzen. Gut, dass es nicht so ganz wird. Ich weiß folgendes über die Kabale. 350 Kilo, schwer bewaffnet. Jagen Planeten und Monde einfach so hoch. Nur damit du weißt, womit du es zu tun hast. Okay. Da freue ich mich ja. Na geil. Und jetzt legt der Dego wieder los. Der stört den Stream mit seinem Laufradgelaufe. Okay. So, wir müssen hier rein. Okay, ich hoffe, die sind nicht ganz so krass, weil wir sind ja Level 12 jetzt. Die Mission ist für Level 15 ausgelegt. Der Rob ist ins Level 14. Ich bin gespannt, wie viel Schaden wir machen. Ich sah ja immer relativ alt aus. Bin gespannt. Okay. Das kann echt witzig werden. Ich hoffe halt, dass die Level dann tatsächlich so ausgelegt sind, dass wir jetzt wirklich nur zwei Spieler sind. Dass der Robson es nicht ganz so schwer hat. Dagegen ist ja sogar das kompliziert. Oh, das war wohl eine Ausfallsicherung. Alter. Ja. Das ist so einfach. Das ist so einfach. Und dann hat er es auch noch verkackt. Der Affe. Der Geist. Da kommen sie. Solange die nicht von da noch kommen. Das war definitiv eine Ausfallsicherung. Okay, wir machen uns viel Schaden. Uns viel Schaden. So, ja, gute 15 Schaden. Ich weiß nicht, wie viel Robson macht, aber wahrscheinlich mehr. Komm, 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 komm. Jawohl. Erzähl das jetzt eigentlich, dass ich im PvP gestorben bin. Für die Mission. Das muss ich gleich mal nachschauen. Das wär's ja. Ja, scheiße. Das ist natürlich geil, dass wir da nicht durch das Schild schießen können. Wir müssen irgendwie... Da. So. Okay, wunderschön. Na, okay, die Granate. Ja, jetzt ist sie ready. Ja, jetzt. Toll. Komm, geh nochmal hin. Genau. Sehr schön. Wunderbar. Immer schön auf die Köpfe ballern. Ja, das stimmt. Aber, so. Ja, doll, doll, doll. Okay, der hat's. Ah, wir haben das, äh, Dings freigeschaltet. Mit mehr Munition, glaub ich. Bin mir's gar nicht sicher, was das gemacht hat direkt. Ja, der Robson macht auf jeden Fall mehr Schaden, als ich. Kommt mir zumindest so vor. Oh, da kommt noch einer, da kommt noch einer. Auf die Hand, wenn er das Schild von seinem Körper hält. Genau. Oder aufs Bein. Ah, jetzt hab ich keinen Super. Ah, jetzt gerade wollte ich es aktivieren. Jetzt muss es Super erstmal aufladen. Geil. Das läuft ja. Oh, da hinten noch. Ja. Na, na, na. Ja, ich mach halt doppelt so viel Schaden dann. Und Präzisionsschaden ist ja auch für die Missionen wichtig. Ja, ich baller einfach mal durch. So, zack. Immerhin ein paar. So. Super ist auch gleich soweit. Der ist schon down. Ich hol mal die Munition hier gerade. Okay, hat wunderbar funktioniert. Jetzt krieg ich auch noch einen Anruf hier. Toll. Komm, 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 komm. So, super, super, komm. Jetzt ist Super bereit. Schöne Sache. Alles klar. So, und um. Und ja, ein Schuss mehr bei dem Super wäre ganz cool. Würde ich mich auch sehr drüber freuen. Ja, ich weiß gar nicht, wer angerufen hat. Die Nummer kenne ich gar nicht. Irgendwelche Leute wieder. Oder in die Füße Knie. Genau. Ja, wem schüttet es dann schon ein bisschen hässlich irgendwie. Da ist noch einer. Ja, voll getroffen. Äh, nicht so. Fahrzeuglink aktiv. Hat es geschafft. Gehen wir weiter zum Tor. Okay, wunderschön. Okay, wunderschön. Die Musik setzt immer noch ein. Okay, jetzt war es das. Achso. Ich bin jetzt extra wieder runtergegangen. Weil der Robson irgendwie runtergegangen ist. Na? Na, doch ein Stück weiter jetzt. Okay. Also war das Barrow dann doch irgendwie wichtig? Sonst hätten wir hier ewig lang fahren müssen. Die Kabale scheinen hier Krieg gegen die Wechs zu führen. Vielleicht wissen sie etwas über das Tor. Es gibt ein paar Außenposten in der Nähe des Tores. Sehen wir uns die mal an. Ach, sind hier sogar Wechs unterwegs. Das wäre auch ganz cool. Wenn du mich einwischen willst, du hast das Sagen. Ah, das sind Wechs ja. Tatsächlich. Also sind hier auch Wechs unterwegs. Das ist doch ganz cool. Wir haben ja auch eine Mission. Wo wir, äh, weiß ich gar nicht, Wechs, irgendwelche Wechsviecher, Majors glaube ich, töten müssen. Zehn Stück. Und wenn wir angekommen sind, muss ich mal ganz kurz nachschauen. Oh, das war zu früh. So. Muss ich mal ganz kurz nachschauen. Okay, jetzt kommen sie. Klee-Moment. Warte, warte, warte. Ich muss schauen, ob ich die Mission 50 von 100. Okay, tatsächlich. Okay. Also nicht sterben. Das wäre ganz geil. Bei so nah waren wir, glaube ich, schon lang nicht mehr. An dem Ziel dran. Ah, die nehmen halt auch echt wenig Schaden. Aber das, da merkst du halt echt, dass die irgendwie so Level 50 sind, so ungefähr. Ne, Level 15 halt. Der Unterschied, ah, das sind wieder diese Dingstypen da. Na, so. Ah, ich komm ja, jetzt, ja, jetzt geil. Bringt auch voll was. Tresorblock, ich grüße dich. So, zack. Machen wir eine Granate hin. War zu weit. Geil. Schön. Wir dürfen nicht sterben. Das ist ganz wichtig. Oh, 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 oh. Ich muss mich kurz zurückziehen. Ja, ich würde halt schon ganz gern das Dingens kriegen. Äh, ja nicht diesen Erfolg, aber hier diese Mission abschließen. Endlich mal. Das wäre schon ganz cool. Ich ziele wie der letzte Henker. Das ist... Ah, er hat eine Sniper, kann das sein? Der Hannibal? Oder Robson? Ich habe keine Sniper. Ach doch, ich habe eine... Klar, ich habe da eine Sniper. Ja, tatsächlich. Du hast vollkommen recht, Snar. Habe ich total vergessen. So, komm her. Ja, scheiße. Okay, habe ich vollkommen vergessen. Muss ich ganz ehrlich gestehen, dass ich überhaupt einen Sniper habe. So. So. Habe ich tatsächlich nicht dran gedacht. So, jetzt können wir diese gar upgraden. Das ist schön. So, und das ist von Geräusch. Oder ein Scout-Gewehr. Ja. Nee, ich habe total vergessen, dass ich das überhaupt habe. So, komm. Bups. Wollen wir nehmen mal die da. So. Scheiße. Wir haben halt nicht so viele Schuss mit der. Müssen wir gleich die Munition finden. Das wäre ja ganz geil eigentlich. Das ist ja die grüne Munition, wenn ich mich nicht täusche. So. Zack. Scheiße. Okay, das war es mit der. Okay. Ja, ja. Ich gehe mal lieber nicht in den Nahkampf. Jetzt klingelt es. Jetzt hat es geklingelt. Geil. Toll. Wieso denn jetzt, ey? Wer will denn jetzt was? Bin ich da. Sollen sie den Briefkasten schmeißen. Wenn einem was ankommt. Ich treff nicht. Ich treff nicht. Komm, 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 komm. Na, alter. Die halten auch so viel aus. Nach der Welle muss ich auch mal gucken. Wie viele... Ah, hier ist es. Ähm, wie viele ich getötet habe hier. Ich glaube, es zählt nämlich mit. Wenn Robson getötet. Der Pete Panic ist da. Hi, Kalix. Kein Dark Souls, aber halt Kalix. Ja, das ist vollkommen richtig. Wir brauchen einen Zugangsschlüssel. Finde heraus, wer das Sagen hat und hol dir den Schlüssel. Okay, ich muss mal kurz an die Klinge. Das ist, glaube ich, wichtig. Kleinen Moment, bitte. Kleinen Moment, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ähm, war tatsächlich irgendwie Rauchmelder-Test. Ja, da kommen sie bei dir in eine Wohnung. Rauchmelder-Test. Hat ja jetzt irgendwie... Ich glaube, nicht jedes Bundesland hat einen Rauchmelder. Wieder gefallen. Nein, ich bin gestorben. Ich fass es nicht. Scheiße. Ja, ich konnte es mir denken, aber das ging halt leider gerade nicht anders. Ach, scheiße. Robson hat sich da oben ein bisschen versteckt. Ich komme, ich komme, ich komme. Die Spannung steigt. Fanti... Ne, Fanta-Giro. Fanta-Giro, glaube ich. Oder Girox. Bin mir nicht ganz sicher. Ich grüße dich. So. Ja, es war der Rauchmelder-Test. Musik ist arg laut. Können wir ändern. Warte. Kläoment. Oh. Ja, nur Stress hier, ne? Nur Stress. So, Kläoment. Bin ja eh Schnellsturm. Wir machen das kurz ein Stück leiser. So. Ah, jetzt läuft das Hinhauen. So, jetzt muss ich erst mal gucken, dass ich hier halbwegs überlebe. Muss man kurz aufladen. Alter Schwede. Sag ich doch. Die Spannung steigt. So. Okay. So, jetzt muss ich das mal reinfinden. Das war jetzt echt unangemeldet. Kommen die hier vorbei. Oh. Da ist sogar ein Boss dabei. Und ich lasse Robson hier einfach alleine. Es tut mir leid, Robson. Ich habe das ehrlich gesagt nicht geplant. Oh, fuck, ey. Okay. Wir machen es mal so. So. Wo ist der andere Kollege? Der ist da unten jetzt noch. Da denke ich doch hier irgendwo rum. Da ist er. So, komm, komm, komm. Ein Stück schießen. Oh, 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 oh. Ich muss hier weg. Hilfe. Nein, 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 nein. Ja, ich kann es ja glücklicherweise im Aufnahmeprogramm Ich kann es ja zum Glück im Aufnahmeprogramm ein bisschen runterschrauben, also es sollte jetzt auf jeden Fall leiser sein. Bei YouTube passe ich es ja eh nochmal an, das ist der Vorteil, aber im Stream ist es halt immer so eine Sache, da musst du mal ein bisschen gucken. Brauchst du ja für jedes Spiel eine andere Lautstärke irgendwie. Ja, jetzt sind wir leider Gottesgesturme. Ich guck grad mal. Ja, ist wieder auf Null. Ach, scheiße, ey. Dafür haben wir das andere Ding fast fertig. Da ist es schon mal viel wert. In den Optionen geht's. Okay, weiß ich nicht, ich hab gar nicht geguckt. Der Tresorblog sagt, in den Optionen kann man die Musik runterschrauben. Das wäre eigentlich schon optimaler, sag ich mal. Oh, boh, 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 boh. Das ist das Tor. Wir kommen aber erst rein, wenn wir das Auge des Torlords erwecken. Mal sehen, was die Kabale tut. Ach, schon wieder hier ein Torlord-Auge. So, scheiße. Kriegt man da einen Kopf? Äh, nicht ganz. Okay, jetzt war's das mit der. Ich brauche unbedingt ein größeres Magazin. Das wäre ganz cool. Aua. Vielleicht sollte ich auch mal upgraden. Wir haben ja... Da an Nacht... Man doch alles leiser. Da macht man wahrscheinlich alles leiser, ne? Und zwar Autokorrektur wahrscheinlich von Schissbuchs. Na, komm. Ah. Ja, jetzt müssen wir doch 100 Gegner töten, ey. Ohne zu sterben. Das ist ein Traum. Wo ist denn der Robson eigentlich? Ballert der von da hinten? Jetzt juckt doch mal meine Nase. Der Robson ist hier an den Seiteneingang reingegangen, oder was? Wo ist denn der? Der ist da oben. Wie ist denn der da hingekommen? Ich guck mal, ob ich hier irgendwie hochkomme. Ja, geil. Nee. Ich muss mich mal kratzen. So. Juckt die Nase. Ah, hier ist er hochgekommen. So. Der sieht man auch ein bisschen mehr. Da hinten ist noch einer. Den ich tatsächlich auch viel, viel treffe. Ah, hier sind auch noch welche. So, probieren wir mal. Gucken wir mal, ob das hinhaut. Und, wo ist der andere? Der ist schon down, oder was? Was ist das? Relikt? Bruchstück sammeln wir mal ein. Red Bull von Leidflügel. Ja, das ist der Robson hier. Der kann das. Der hat ganz viel Red Bull getrunken. Ah, hier sind noch welche. Aber wir haben auch wieder Präzisionsgewehre. Das ist auf jeden Fall ganz cool. In dem Levelbereich. Ja, scheiße. So. Wups. Zwei Schuss. Ne? Das ist auf jeden Fall mehr Damage, als wir mit der anderen Waffe machen. Das ist schon nicht ganz so schlecht. So, da ist noch einer. Oh, 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 oh. Ah, scheiße. Jetzt hat er irgendwas geworfen. Oh, Legionär, der hat Fragerzeugen. Das ist, glaube ich, nicht so ganz geil. Oh, Robson ist wie ganz anders. Ich gehe mal zu Robson hin. Zack, zack, zack. Was ist das da gewesen? Man weiß es nicht. Ach so, Mission schon abgeschlossen. Okay. Müssen wir das jetzt machen? Ich denke, die Mission ist abgeschlossen. Ich treffe auch voll gut. Ein Ami hat auch Red Bull verklagt, weil Red Bull... Ja, das habe ich auch gelesen. Ein Ami hat tatsächlich Red Bull verklagt, weil Red Bull keine Flügel verleihen. Das muss man sich mal überlegen, ja. Also, es ist ja schon sehr krass. Jo, 49 zu 16. Läuft. Nein, das war, weil sein Geist nicht belebt wurde. Es ist unfassbar. Unfassbar. Also, die Amis kommen damit auch noch durch, ja. Das ist ja der Witz an der Sache. Das ist eigentlich schon sehr krass, dass das überhaupt möglich ist. In Deutschland würdest du, kwenner ahnen, die würden dir einen Vogel zeigen und dich einweisen, wenn du sowas machen würdest, ja. Sieben gewinnst. Du hast eine Trophäe erhalten. Ach. Ne, guck eh noch an. Nein, das war, dass du an den kleinen Trophäen erinnerst. Du hast eine Trophäe erhalten. Also, ich88 zu 2. Das war, dass wir wieder었atem t piacevastet.